Die große Frage ist doch, warum scheitern die meisten daran, ihr Unternehmen zu skalieren? Und die einfache Antwort ist, weil sie fünf große Fehler machen, die ich auch alle entlang des Weges gemacht habe. Denn wenn man mal ein paar Jahre zurückspult, war ich am Anfang meiner Selbstständigkeit als selbstständiger Unternehmensberater unterwegs und habe wirklich alles probiert, um überhaupt Aufträge zu bekommen und Kunden zu gewinnen. Ich war auf Facebook unterwegs, hatte einen eigenen Podcast, habe Kaltakquise probiert, war jeden Tag gefühlt in Hamburg lunschen, habe Instagram-Stories jeden Tag gemacht, eine Facebook-Gruppe brauchte man auch irgendwie, damit das Ganze funktioniert. Und was kam am Ende dabei raus? Vielleicht wirklich eine Handvoll von 1 zu 1, Beratungen, ein paar Seminartage habe ich verkauft, ein paar Workshops habe ich verkauft und ich war weit weg davon, dass man das irgendwie Skalierung taufen konnte. Aber so nach und nach habe ich mich immer tiefer in dieses Thema eingearbeitet, habe immer mehr Puzzlesteine zusammengesetzt, bis ich irgendwann verstanden habe, worauf es wirklich darauf ankommt, wenn man mit seinem Unternehmen skalieren will. Und bestimmt fünf Jahre vorgespult, könnte ich nicht glücklicher sein, mein Beratungsunternehmen Leaders Media macht über eine Million Jahresumsatz. Ich habe ein grandioses Team, was einen sensationellen Job macht und meine Firma läuft wirklich ein Stück weit unabhängig von mir, sodass ich wirklich mir meinen Alltag etc. flexibel gestalten kann. Und vielleicht bist du noch nicht an diesem Punkt und überlegst gerade, was ist so mein nächster Schritt, um in diese Richtung zu kommen? Wie kann ich es vielleicht knacken sozusagen, mein Unternehmen vielleicht zu skalieren oder vielleicht auch aus meiner Selbstständigkeit den nächsten Schritt zu gehen? Dann lass mir ganz genau zeigen, welche fünf großen Fehler man machen kann und vor allem werde ich dir zeigen, wie du diese auch direkt vermeiden kannst. Starten wir mal direkt mit dem ersten großen Fehler, der mich wirklich aktiv davon abgehalten hat, mit einem Unternehmen zu skalieren. Und zwar wurde ich natürlich als digitaler Marketingberater immer wieder angefragt zu ganz unterschiedlichen Projekten, ob ich helfen kann. Zu dem Zeitpunkt war das noch Amazon-Marketing ein Stück weit. Es war Instagram, es war ein Podcast und ich habe natürlich immer geguckt, ob ich helfen kann oder nicht. Das hat am Ende dazu geführt, dass ich aber 30 Kunden hatte und 30 individuelle Angebote. Und das ist erstmal nicht problematisch, weil man damit natürlich sein Geld verdienen kann und man auch ein Stück weit wachsen kann. Aber das große Problem ist, wenn man wirklich skalieren will, Individualität lässt sich leider nicht skalieren. Das ist leider etwas, was in Werbekampagnen später nicht funktioniert, was auch die Akquise unglaublich schwierig macht, weil am Ende kannst du so jedem helfen, aber auch niemandem. Und das bringt dich in eine blöde, reaktive Situation. Was habe ich also gemacht? Bin alle meine Kunden und alle meine Angebote durchgegangen und habe wirklich geschaut, was war wirklich das Angebot, was am meisten Spaß gemacht hat. Wo hat der Kunde gestimmt? Wo hat die Bezahlung gestimmt? Wo haben die Ergebnisse gestimmt? Und habe mir das genommen und habe es nochmal ein Stück weit verbessert. Habe noch ein bisschen an den Leistungen gearbeitet, habe noch an der Laufzeit gearbeitet und dieses Ding habe ich genommen und habe geschaut, ob ich dafür den ersten Meilenstein knacke und zwar fünf zahlende Kunden zu gewinnen. Und das nennt man den sogenannten Proof of Concept. Und das bedeutet nichts anderes, wenn du fünf Kunden dafür gewinnst, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dafür auch 50 gewinnst oder auch am Ende 500 gewinnst. Und das habe ich relativ zügig hinbekommen, weil ich wirklich meinen Bestand nochmal durchgegangen bin an Kunden und habe geguckt, hey, für welche Kunden könnte das Angebot vielleicht auch noch relevant sein. Hab die angerufen, fünf Leute haben zugesagt und wir haben sozusagen mit der Zusammenarbeit dann gestartet. Und dieses skalierbare Angebot ist aber das absolute Fundament für alles, was du später machen willst mit deiner Firma, weil nur wenn du das hast, kannst du den nächsten Schritt gehen. Aber selbst wenn du dieses skalierbare Angebot dann hast und die ersten fünf zahlenden Kunden dafür hast, bringt dir das alles nichts, wenn du den nächsten großen Fehler immer noch machst. Ich muss wirklich sagen, ich habe in meiner Karriere alles getan, um am Ende an Kunden und an Aufträge zu kommen. Es gibt, glaube ich, wirklich nichts, was ich nicht ausprobiert habe, sei es Visitenkarten, Partys gefühlt, Netzwerkveranstaltungen. Ich habe Vorträge gehalten und digital habe ich wirklich, glaube ich, alles gemacht, was man machen kann. Und was ist am Ende rausgekommen? Nichts außer viel Lärm. Und das war der Moment, wo ich irgendwann gesagt habe, ich rudere so verdammt viel auf allen Kanälen, auf allen Strategien. Ich muss irgendwie was anders machen. Und das war der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, hey, ich fokussiere mich jetzt einfach mal und sage mir, eine Plattform, auf die konzentriere ich mich und auf eine Strategie. Und diese Sachen hat man auch immer wieder gehört, aber die meisten Leute schaffen es auch nicht, weil es unglaublich viel Überwindung kostet, alles andere sein zu lassen, weil man diese Hoffnung hat, da könnte ja noch irgendwie was passieren. Aber ich habe einfach die große Chance für mich bei LinkedIn gesehen, weil ich einfach die Chance gesehen habe, mit genau der Zielgruppe zusammenzuarbeiten, die dort bei LinkedIn aktiv war und habe gesagt, ich deaktiviere wirklich Instagram. Ich höre auf, meinen Podcast zu betreiben. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei Facebook abgemeldet, habe Facebook-Werbung abgeschaltet und habe gesagt, ich gehe all in bei LinkedIn und kriege Social Selling zum Laufen. Und das war wirklich das, worauf ich mich dann wirklich wochen, monatelang konzentriert habe, weil ich wusste, meine Zielgruppe ist dort jeden Tag aktiv. Ich musste nur verstehen, wie ich Vertrauen aufbaue. Ich wusste verstehen, wie ich Kontakt zu ihnen aufnehme und ich musste verstehen, wie ich sie wirklich sympathisch in Termine bekomme. Und es hat wirklich keine Wochen gedauert, bis ich die ersten Termine mit genau den richtigen Leuten hatte und es hat keine Wochen später gedauert, sozusagen bis ich die ersten Kundinnen und Kunden für mein skalierbares Angebot gewonnen hat. War das super einfach? Auf gar keinen Fall. Aber das große Thema ist, ich hatte plötzlich vollen Fokus da drauf und dadurch ging es dann plötzlich viel schneller, als ich dachte, weil ich nicht mehr jeden Tag irgendwie noch Instagram-Stories gemacht habe, weil ich nicht jeden Tag nochmal was bei Facebook gepostet habe und weil ich nicht noch irgendwie jede Woche zwei Podcast-Folgen veröffentlicht habe. Und das war wirklich ein gigantischer Sprung, weg vom Hoffnungsmarketing, wir machen irgendwie so alles, hin zu einer Kernstrategie, die wirklich messbar drei bis fünf Termine dir pro Woche bringt und dann bestenfalls wirklich ein bis zwei Kunden dir pro Woche bringt. Aber selbst wenn du dieses System für die Kundengewinnung für dich dann hast und es funktioniert, bringt es dir leider auch relativ wenig, wenn du immer noch den dritten großen Fehler machst, den die meisten auch machen, wenn sie mit ihrem Unternehmen dann erfolgreich skalieren wollen. Stell dir jetzt kurz vor, dass du wirklich jeden Monat fünf neue Kunden oder Kunden für dein skalierbares Angebot gewinnst. Das hört sich erstmal extrem cool an, weil es vielleicht viele Probleme lösen würdest. Du würdest Umsätze erzielen, die du vielleicht noch nie erzielt hast. Es wird aber relativ schnell ein neuer Engpass, weil du plötzlich einen Kalender voll mit Kundenterminen hast und die Komplexität in deinem Unternehmen immer größer wird. Selbst wenn du heute schon ein Team hast, wirst du ganz schnell merken, dass auch das an sein Limit kommt, wenn da jeden Monat neue Leute in dein System kommen. Und das ist auch der Moment, der mir dann passiert ist irgendwann, dass ich gesagt habe, hey, kommt alle rein und wir arbeiten zusammen, bis irgendwann mein Kalender so voll war, dass ich irgendwie niemandem mehr gerecht werden konnte. Bei den Kunden bin ich abgesoffen, die Akquise war gar nicht zu denken, weil ich ja keine neuen Leute irgendwie betreuen konnte. Und das war der Moment, wo ich wusste, ich muss radikal was anders machen. Es wird mit 1 zu 1 Sessions nicht funktionieren. Ich muss ein System dafür aufbauen. Und das war der Moment, wo ich wirklich mal geschaut habe, was sind so die 4 bis 6 großen Meilensteine, die jeder Kunde in der Zusammenarbeit erzielen muss, damit er ultimativ am Ende sein Ergebnis erzielt. Und die haben sich relativ zügig rauskristallisiert, weil ich schon mit zahlreichen Leuten zusammengearbeitet hatte, 1 zu 1, und wusste ganz genau, worauf es am Ende ankommt, damit das System funktioniert. Hab das dokumentiert, hab es auf eine Seite gebracht, auf eine Methodik und hab gleich direkt am Anfang den Kunden gezeigt, das werden die Schritte sein, die wir gemeinsam umsetzen werden. Und hab für jeden Schritt Arbeitsmaterialien aufgebaut. Das waren Vorlagen, das waren Tutorials, das waren Checklisten, um es ihnen so leicht wie möglich zu machen, diese Umsetzung. Und gleichzeitig hab ich nach und nach angefangen, Videos dafür zu drehen, die ihnen ganz genau zeigen, was sie bei jedem Meilenstein machen müssen. Das Beste daran war am Ende, dass ich in den 1 zu 1 Sessions nicht mehr erklären musste. Das bedeutet, dass sie keine Frontalvorlesungen ein Stück weit in jeder 1 zu 1 Sessions machen musste und jedem Kunden das Gleiche erzählen muss, sondern ihnen einfach Hausaufgaben gegeben habe und gesagt habe, hey, schau dir mal die drei Videos an bis zur nächsten Woche, setz mal die Schritte um und dann checken wir kurz ein und gucken, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Das Coole daran war, dass sie wirklich meine Arbeitszeit pro Kunden mehr als halbiert, wenn nicht sogar geviertelt habe, weil die Kunden alles hatten, um das selber umzusetzen und du wirklich nur noch kurz eingecheckt hast und geguckt hast, ob sie vorankommen oder nicht. Und wenn es irgendwo klemmt, konntest du es direkt wieder dokumentieren und dein System besser machen. Und das hat ultimativ dafür gesorgt, dass das System so gut funktioniert hat, die Kunden so gut versorgt waren, dass ich mir dann jemanden gesucht habe, der wirklich diese komplette Maschine, dieses komplette System übernimmt und nochmal deutlich besser macht und das war am Ende Ann-Christin, die das heute noch sozusagen leitet und die komplette Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden übernommen hat. Aber nur durch diese Systematisierung war das am Ende möglich. Und jetzt kommt eigentlich der spannendste Part, weil der vierte Fehler ist dann wirklich der Fehler, den man macht, der einen davon abhält, wirklich dann richtig, in Anführungszeichen, verrückt zu skalieren, weil selbst wenn du diese drei Sachen jetzt richtig gemacht hast, wirst du wahrscheinlich am vierten Fehler scheitern und das wäre extrem schade. Ich war jetzt schon relativ weit gekommen, aber von verrückter Skalierung war irgendwie immer noch nicht zu reden und ich war so, hey, was könnte mein nächster Schritt sein? Und das war der Moment, wo mir klar wurde, dass ich mich mit dem Thema Ads beschäftigen muss und verstehen muss, wie Werbeanzeigen funktionieren. Und ich glaube, ich habe es wie alle anderen gemacht, habe irgendwie 3000 Euro reingesteckt, habe Werbeanzeigen geschaltet, direkt auf unsere Homepage und ist einfach nichts passiert. Also ich hätte wirklich das Geld auch direkt in die Toilette schmeißen können, hätte ich den gleichen Effekt gehabt und ich war so, ey, ich glaube, Werbeanzeigen funktionieren nicht für uns. Aber gleichzeitig war mir ja klar, dass genau die richtigen Leute jeden Tag bei LinkedIn aktiv waren, so dass es nicht an den Werbeanzeigen gelegen haben konnte, sondern irgendwie an mir. Und dann war mir auch klar, was denkst du, Robert, dass du einmal Werbeanzeigen schaltest und das direkt funktioniert? Das wird wie jede andere Fähigkeit sein, wenn du das jetzt mal drei bis sechs Monate machst, dann wirst du es vielleicht ein Stück weit beherrschen, aber bestimmt nicht beim ersten Durchlauf. Und dann habe ich mir wirklich so ein kleines Testbudget gesetzt für diese drei bis sechs Monate und habe gesagt, wirklich sechs Monate nehme ich das jetzt mal extrem ernst und versuche es zu verstehen. Und was ich gelernt habe, ist, dass Werbeanzeigen am Ende dir nur Klicks bringen von deiner Zielgruppe und darüber kannst du auch entscheiden, auf welcher Plattform du eigentlich Werbeanzeigen schaltest. Wenn LinkedIn deine Zielgruppe unterwegs ist, macht es Sinn, LinkedIn Ads zu schalten, dass du dann aber unbedingt ein System brauchst, um die Leute zu konvertieren. Und ich habe immer beobachtet, wenn Leute bei einem Live-Training von mir dabei waren oder mal einen Vortrag gesehen haben, dass sie dann häufig danach eine Anfrage gestellt haben und gesagt haben, hey Robert, ich habe verstanden, wie du helfen kannst, lass uns mal sprechen, wie eine Zusammenarbeit aussieht. Und dann bin ich nach und nach drauf gekommen, dass ich die Leute nicht per Werbeanzeige auf meine Homepage schicken muss, sondern in den Training schicken muss. Und das war am Anfang wirklich ein Live-Training, weil ich wirklich richtig gut da drin werden wollte und verstehen wollte, wann stellen die Leute eine Anfrage und wann nicht, bis ich es irgendwann so gemeistert hatte, dass ich einfach die Aufzeichnung genommen habe und die Leute in die Aufzeichnung geschickt habe. Und den Moment würde ich wirklich nicht vergessen, als ich angefangen habe, Werbeanzeigen zu schalten und jede Woche neue Anfragen reinkamen, die Leute schon wussten, was wir gemacht haben, die schon aufgewärmt waren durch dieses Training und am Ende sich Woche für Woche unabhängig von meiner Zeit Leute für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Und das war auch der Moment, wo ich nicht meine weitere Zeit einsetzen musste, sondern wirklich Budget einsetzen konnte. Und das war wirklich der coolste Punkt, muss ich wirklich sagen, zu sehen, dass so ein System in der Akquise extrem gut funktionieren kann, wenn man alle Bausteine hat. Aber selbst als das geklickt hat, war wirklich der letzte Fehler, den ich dann gemacht habe, der, der dafür gesorgt hat, dass wir nicht noch schneller gewachsen sind. Und insofern sieh dir den jetzt unbedingt an, sodass du nicht am Ende da drüber stolperst, selbst wenn du die Werbeanzeigen zum Laufen bekommst. Ab dieser Zeit wurde es relativ verrückt, weil am Ende war mein kompletter Kalender voll mit wirklich Anfragen über die Werbeanzeigen, weil es am Ende sich so gut eingesperrt Das fühlte aber zum nächsten Problem, dass ich wochenlang irgendwie nur Gespräche mit Interessenten geführt habe und wirklich nicht mehr am Unternehmen arbeiten konnte. Ich wollte aber unbedingt die nächsten Meilensteine knacken, wollte auf wirklich 50.000 Euro pro Monat zu dem Zeitpunkt wachsen und wusste, das kann ich nicht tun, wenn ich nicht den Engpass der Sales-Gespräche irgendwie löse und mir auch dort Unterstützung suche. Gleichzeitig wollte ich langfristig wirklich auf eine Million pro Jahr wachsen und das ist wirklich verdammt sportlich und da wurde mir klar, dass ich nicht nur jetzt in einzelnen Mitarbeitern denken sollte, sondern wirklich wie so ein kleines A-Team mir schon überlegen sollte, was sind so die großen Funktionen, die ich habe und wie finde ich dafür so schnell wie möglich Profis, die das übernehmen können. Und Beratung hatte ich schon gut abgedeckt, Marketing hatte ich komplett selbst systematisiert und wirklich auf ein Minimum am Ende runtergebrochen und das war extrem cool, sodass wirklich Sales so der größte Bereich war und dann geschaut habe, wie ich mir da Unterstützung suchen kann und das Coole daran ist, dass man dort auch wirklich Freelancer findet, die dankbar sind, wenn man ihnen Anfragen gibt und Leads gibt und dann wirklich nur noch die Telefonate führen müssen und am Ende auch nicht angestellt meistens bei dir sind, sondern auf Provision arbeiten und das war der Moment, wo ich ein paar absolute Profis gefunden habe, wie zum Beispiel Michael aus meinem Team oder Rebecca, die einen sensationellen Job gemacht haben, die diese Anfragen dankbar übernommen haben, grandiosen Job machen und ich wirklich auch diesen Sales Gesprächen nach und nach rausgekommen bin und das war der Moment, wo mir klar wurde, dass ich wirklich den nächsten Schritt als Unternehmer ein Stück weit auch gegangen bin und wirklich daran gedacht habe, mir dieses kleine A-Team aufzubauen und das war ein grandioses Gefühl, weil wirklich ich, mein Kalender immer leerer wurde, ich immer mehr an strategischen Themen auch arbeiten konnte und wirklich, wirklich am Unternehmen arbeiten konnte und nicht nur im Unternehmen und das hat am Ende alles wirklich nach und nach dazu geführt, dass wir ein skalierbares Unternehmen aufgebaut haben, dass wir wirklich über eine Million pro Jahr geknackt haben, dass wir wirklich in Kernfunktionen wirklich richtig gute Leute sitzen haben und ich am Ende diese Flexibilität und Freiheit habe, die ich mir immer gewünscht habe. Am Ende haben diese fünf Fehler mich wirklich lange davon abgehalten, mit meinem Unternehmen zu skalieren, aber tatsächlich hätte das alles nichts gebracht, ich hätte es wirklich von Anfang richtig machen können, hätte ich nicht eine Sache wirklich anders gemacht und zwar meine eigene Arbeitsweise als Unternehmer. Ich dachte immer schon, dass ich bei dem Bereich Produktivität relativ fit bin, aber tatsächlich habe ich erst mit meinem Unternehmen es geschafft, wirklich zu skalieren, als ich auch meine Arbeitsweise und auch mein Mindset komplett verändert habe. Das Coole ist, dass ich wirklich gerade dazu ein komplett neues Video aufgenommen habe und wenn du wirklich mit deinem Unternehmen skalieren willst, dann schau dir unbedingt dieses Video jetzt direkt an, weil das ist wirklich die zusätzliche Magie, wenn du diese Ergebnisse irgendwann auch mal erreichen willst und ohne kann ich dir sagen, wird es nicht funktionieren.